Ein Biologe ist ein Forscher oder Wissenschaftler, der sich mit Biologie beschäftigt. In vielen Fällen wird ein Biologe auf wissenschaftlicher Ebene forschen, aber das muss nicht immer der Fall sein, da der Beruf des Biologen auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Die Biologie bezieht sich auf Lebewesen, Lebensformen und Lebensphänomene. Ein Biologe ist daher darauf spezialisiert, lebende Organismen und die Natur zu untersuchen. Das Gebiet der Biologie ist breit gefächert und kann verschiedene Forschungsgebiete umfassen, die sich je nach Biologe unterscheiden können. Wo genau ein Biologe arbeiten wird und was genau er tun wird, kann dann pro Biologe unterschiedlich sein. Ein anderer Name für Biologie wird auch Naturwissenschaft genannt. Die Grundlagen der Biologie sind die Zelltheorie, die Evolutionstheorie und die materialistische Erklärung des Lebens. Innerhalb des Feldes und des Biologiestudiums sind die Fächer Chemie, Physik und Mathematik sehr wichtig. Die Biologie ist daher die Naturwissenschaft, die sich auf lebende Organismen, Lebensformen und Lebensphänomene konzentriert. Biologie kommt in der Praxis auf viele Arten vor, wie zum Beispiel in den Umweltwissenschaften, der Meeresbiologie und der Molekulargenetik. Die Bedeutung der Biologie sollte nicht unterschätzt werden, denn alle Probleme der Menschheit enthalten biologische Aspekte wie die Erzeugung erneuerbarer Energien, Gewächshäuser und gentechnisch veränderte Lebensmittel. Die inhaltliche Arbeit eines Biologen kann nicht einfach genannt werden, da dies ganz von der Art des Studiums und dem endgültigen Arbeitgeber abhängt. Zum Beispiel kann ein Biologe viel außerhalb für die Forschung arbeiten, aber auch in einem Labor arbeiten. Darüber hinaus ist es durchaus denkbar, dass ein Biologe für biologische Labor- und Feldstudien verantwortlich ist. Der Beruf des Biologen sollte daher als ziemlich allgemein angesehen werden, da es viele Spezialisierungen als Biologe gibt. Bis zum nächsten Mal.